Das bin ich, Jakob. Wegen meiner doofen Krankheit kann ich nicht laufen oder sprechen. Ich kann meine Finger und auch sonst mich nicht gut bewegen. Aber man kann auch so einiges an Wildnis und Abenteuer im Rolli erleben. Heute backen wir Brot im Dutch-Ofen auf dem Feuer. Es gibt Käse-Zwiebelbrot mit Speck. Lecker! Ärmel hochkrempeln und los! Etwas Wasser. In einer Schüssel verrühren wir einen Plumpen Hefe, bis er ganz aufgelöst ist. Alles zusammen mischen. Und dann wird mächtig geknetet. Mit der Faust machen wir ein Loch in den Teig und füllen noch. Wir nehmen Röstzwiebeln. Und ordentlich viel Käse. Und noch mehr Speck. Das wird gut. Während Papa knütet, holt ich schon mal Backpapier. Ab damit in den Dutch-Ofen. Dann muss der Teig erstmal gehen. In der Zeit machen. Ich hole eine Grusel. Und weil es etwas feucht ist, macht Mama das Feuer mit dem Feuerstahl ab. Mama kann das einfach am besten. Dia influences. Aoweit du auf die Wandraide. Das war ein Schlauble. Das macht mich. Dann sind sie auch an mich. Dann geht es einfach wieder. Ich bin dran. Mama? Mama? Wieso reiche ich? Darum mache ich mit Mama erstmal an Kaka auf dem Feuer. Schön gut rühren. Und natürlich probieren. Und ab übers Feuer. Jetzt ist auch der Teig soweit. Papa hängt den Topf über das Feuer und wir machen ganz viel Glut obendrauf. Soll das Feuer. Soll das Feuer. Soll das Feuer. Soll das Feuer. Ich habe soo Hunger. Und das mit dem Brot dauert noch soo. Sie zaubert noch schnell ein paar Pfannkuchen auf dem Feuer. Wow, ist das lecker. Lange kann es mit dem Brot aber auch nicht mehr dauern. Was ist das? Wannscht man alles schneiden? Ja! Ja! Komm an! Ja! 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 Aber von Brot alleine kann man ja auch nicht satt werden. Darum gibt es noch ein paar Würstchen. Und als wir das ganze Brot gegessen haben, gibt's noch mal Nachtisch. Ich leuchte immer mit der Taschenlampe. Ich leuchte immer mit der Taschenlampe. Ich leuchte immer mit der Taschenlampe. Mama, der macht ja meldet sich. Siehst du noch was? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann drück gerne auf den Abonnement Knopf. Das Rezept haben wir übrigens in die Videobeschreibung gepackt. Ich leuchte immer mit der Taschenlampe. . Untertitelung des ZDF, 2020